Die Internationale Standardbuchnummer, abgekürzt ISBN, ist eine Nummer zur eindeutigen Kennzeichnung von Büchern und anderen selbstständigen Veröffentlichungen mit redaktionellem Anteil, wie beispielsweise Multimedia-Produkte und Software. ISBN werden überwiegend in Warenwirtschaftssystemen des Buchhandels eingesetzt, doch auch viele Bibliotheken verwenden sie für die Bestellsysteme und die bibliotheksübergreifenden Kataloge. Nationalbibliografien hingegen haben eigene Nummernsysteme. Für Zeitschriften und Schriftenreihen wird eine internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke vergeben. Entstehungsgeschichte Seit Mitte der 1960er Jahre machte man sich in Europa, insbesondere in England an der London School of Economics and Political Science und bei der Publisher Association of Great Britain. Gedanken über eine eindeutige internationale Identifikation von Büchern 1966 führte das größte britische Buchhandelshaus WH Smith erstmals eine Standardbuchnummer, abgekürzt SBN, ein. Die internationale Organisation für Normung griff 1968 diese Vorschläge auf, erweiterte die neunstellige SBN um eine weitere Stelle zur internationalen SBN und veröffentlichte 1972 die Norm ISO 2108. Die nationale Übernahme dieser Norm in Deutschland ist die DIN-Norm DIN ISO 2108. Bis zum Jahresende 2006 hatte der Nummernraum einer ISBN 10-Stellen einschließlich einer Prüfziffer. Da es in Osteuropa und im englischen Sprachraum Schwierigkeiten gab, für neue Verlage und Publikationen Nummern zu vergeben, wurde Anfang 2005 ein revidierter ISO-Standard für die neue 13-stellige ISBN eingeführt. Alte ISBN im 10-stelligen Format werden nun als ISBN 10 bezeichnet. Der für ISBN zur Verfügung stehende Zahlenraum konnte dadurch von einer Milliarde Kombinationen auf 1,9 Milliarden fast verdoppelt werden. Neben der annähernden Verdoppelung des Zahlenraumes war die Kompatibilität mit dem System internationaler Artikelnummern-EHN der wichtigste Grund. Für die Umstellung, das Format der ISBN 13 wurde so gewählt, dass die Zahlenfolge identisch mit der zugehörigen IHN 13 Artikelnummer ist. Die ISBN-Agentur für Deutschland empfahl 2004 den deutschen Verlagen, im Hinblick auf die Umstellung für die Übergangsperiode bereits beide ISBN auf ihren Produkten anzugeben. Seit 1. Januar 2007 werden nur noch ISBN 13 vergeben. Kopplung an das System internationaler Artikelnummern Das ISBN-System wurde an das System internationaler Artikelnummern-EHN gekoppelt. Damit können Bücher weltweit innerhalb des IHN-Systems in Warenwirtschaftssysteme übernommen werden, ohne dass aufwendige Neuauszeichnungen mit nationalen Strichcodes nötig sind. Da die ersten drei Ziffern einer IHN normalerweise für das Registrierungsland stehen, wurde für Bücher ein Buchland eingeführt. Für Bücher sind die IHN-Ländernummer 978 und 979 bis 1 bis 979 bis 9 vorgesehen. ISBN 13 sind identisch mit der zum Buch gehörenden EAN 13 außer, dass die IHN ohne Bindestriche notiert wird. Auch ISBN 10 können in eine EAN 13 bzw. ins ISBN 13-System überführt werden. Dazu wird der ISBN 10 einfach die IHN-Ziffernfolge 978 vorangestellt und die alte Prüfziffer durch die neu zu berechnende IHN-Prüfziffer ersetzt. Heute wird das System als GS1-Pressecode bezeichnet, da er über Bücher hinaus für andere publizierten Medien verwendet wird. Regeln zur ISBN-Vergabe und Nutzung Die ISBN soll eine nicht-periodische Veröffentlichung eines Verlags eindeutig identifizieren. Eine bereits verwendete ISBN soll nicht noch einmal verwendet werden. Auch neue Editionen oder eine andere Publikationsform bedürfen jeweils einer eigenen ISBN. Einzige Ausnahme sind unveränderte Nachdrucke. Nicht jedes Buch hat eine ISBN. In Deutschland vergibt nur die MVB-Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH ISBN Verlagsnummern und einzelne ISBN. Weder die ISBN Verlagsnummern noch die einzelnen ISBN dürfen verkauft oder an einen anderen Verlag gegeben werden. Da es keine rechtliche Verpflichtung zur Verwendung einer ISBN gibt und die Zuteilung mit Kosten und Aufwand verbunden ist, verzichten manche Kleinverlage und Selbstverlage auf die Registrierung einer ISBN. Die Zuteilung einer einzelnen ISBN für Verleger mit absehbar einmaliger Verlagsproduktion kostet 79,08 Euro. Bei der Erteilung einer Verlagsnummer hat der Verlag eine Grundgebühr für die ISBN-Vergabe von 153,51 Euro plus Versandkosten zu zahlen und eine Liste aller von ihm vergebaren ISBN zu beziehen. Der Preis dafür liegt zwischen 22,61 Euro und 3568,81 Euro. Für jedes Buch, welches per elektronischer Titelmeldung in das Verzeichnis lieferbarer Bücher aufgenommen wird, sind 4,05 Euro, mindestens jedoch gesamt 94,01 Euro zu zahlen. Identifikationsnummern für andere Publikationen Für andere Formen der Publikation, wie zum Beispiel Periodika oder notierte Musikwerke, gibt es eigene Nummernsysteme. ISRN International Standard Audio Visual Number ISMN International Standard Musik Nummer ISRC The International Standard Recording Code ISRN International Standard Technical Report Number ISSN Information and Documentation International Standard Serial Number Internationale Standard Nummer für fortlaufende Sammelwerke ISWC International Standard Musical Work Code Siehe auch Uniform Resource Identifier Digital Object Identifier ISRN International Standard Modell ISRN International Standard 𝑽уг